Hallo. Okay. Dumm-di-dumm. Okay. Huch, was? Ah, 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 bin ein Cheater. Ach, bin ich denn so doof? Dieses Spiel wird fast ausschließlich mit der Maus bedient und benötigt gelegentlich präzise Eingaben. Es wird empfohlen, kein Trackpad zu benutzen, was auch immer das ist. Die Tastatur wird ab und an genutzt. Es wird allerdings offensichtlich sein, wann diese benötigt wird. Klicke mit der linken Maus, um fortzufahren. Und vorher herzlich willkommen. Hallo YouTube. Ich hoffe, ihr hört mich. Mikrofon ein Stückchen näher. Nach Kinito Pad spielen wir heute. Ich hoffe, es wird angezeigt. Pony Island. Wir schauen einmal in die Optionen. Grafikeinstellung. Hoch. Aber ich muss einmal schnell meine Lüfter nochmal wieder anmachen. Ja, die hatte ich nämlich noch wieder runtergestellt. Wo ist Pony Island? Da. Raffik hoch. Holbitt. Hat er es genommen? Musste ich irgendwas? Nein? Okay. Spracheinstellung. Wir sind auf Deutsch. Das ist gut. Gut. Unten steht nur Version. Mehr verdecke ich nicht. Ja. Nee, ich sage mal nichts. Wir machen mal ein neues Spiel. System Tech Incorporated. Pony Island. Nochmal Optionen. Huh. Fröhliche Fassade. Oh, okay. Verbesserte RNG. War das vorher auch schon so? Okay. Kostenloses Ticket. Oh. Fahrscheiner, bitte. Dein erstes Ticket gefunden. Ich habe ein Ticket gewonnen. Yay. Pony für sechs. Schneemann. Okay. Repariere das Startmenü. Äh. 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 Okay. 1 0 10 0 1 1 0 1 0. In-App-Käufe. Die wollen wir nicht. Obskura Option. Ist das jetzt nur meine Optik oder ändert sich das farbmäßig hier? Äh, äh, okay. Äh, ja? Credits? Uh, kann ich dir irgendwie wieder... Oh, oh. Ticket. Okay. Ich hab schon irgendwas gewonnen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Äh, starte Spiel. Äh, okay. Check, äh, start. Äh, aktiviere. Okay. Ist jetzt hier noch irgendwas anderes? Nein, okay. Lade. Dumm-di-dum. Uh. Okay, es geht dahin. Da wiederholt es sich. Kann ich das direkt da einsetzen? Nein, das raus und das rein. Ah, wir haben das Spiel repariert. Du musstest es einfach reparieren. Nicht wahr? Ja, ich wollte ja spielen. Es hätte funktioniert. Ich habe es tausendmal getestet. Es ist gleich Zeit zu spielen. Willkommen zu Pony Island. Ladevorgang abgeschlossen. Okay. Uh. Gott, ich habe gerade so ein Handy-Game, wo ich zwischendurch das auch mal machen kann. Und ich verkack das immer. Was? Da, 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 da. Was? Wie viel level denn, bitte? Da, 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 da. So far, so gut. Kriege ich noch. Ich habe es vor Ewigkeiten, habe ich mir auch mal ein Let's Play davon angesehen. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott. Ich garantiere nicht, dass ich es zu Ende spielen werde, wenn ich da Ausflipper kriege. Wow. Erlebe den Rest von Pony Island. Füge deine Spiele ein, um fortzufahren. Ich hoffe, da unten. Okay. Crash broken. Paywall. Wir wollen keine Paywall. Jack Soul. Darüber. Darunter. Huch, was? Pony Island funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung gesucht. Füge deine Seele ein, um fortzufahren. Da ist doch was. Ich sehe es doch. Oh. Oh, hallo. Das Pony Island. Fehler, Fehler. Messenger. Messenger. Sieht aus wie Google Mail. Exe. K-Exe. L-I-Exe. C-Exe. T-Exe. Pony Galaxy. Exe. Achso. Dafür brauche ich tatsächlich die Tastatur. Mal weg hier. Uh. Ah. Wie lange kann ich das spielen? Passiert hier was? Oh. Uh. Ah. 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 Oh, was habe ich bekommen? Ticket. Ich habe ein Ticket bekommen. Yeah. Wofür auch immer man Tickets braucht. Es ist schon, ich denke, es ist schon ein paar Jahre her, wo ich da mal ein Let's Play von gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es komplett gesehen habe und ich weiß nicht mehr, wofür man die Tickets braucht. Aber ich habe ein Ticket gekriegt. Okay. Missing Note? Das ist doch der von Pokémon? Okay. Komplettlösung. Ach du Scheiße. Orangenen Rechtsblock. Ersetze den Wiederholblock nun durch den freigewordenen Weiterblock. Sobald das Spiel abstürzt, schließe die zwei Fenster mit Klicks auf den X-Button. Klick auf das Messenger-Icon 15. Okay, dann öffnen wir erst die anderen Sachen. T-I-C-T-I-C-K-Tick. Ach so, warte mal. Tick, tickte. Da muss man da eine Reihenfolge haben. Ist es schon? Ticket. Ach mein. Ein Ticket. Warum bin ich denn so doof? Die haben wir. Aber was ist mit dir? Du bist auch vielhaft. Okay, Messenger. Neue Nachricht. Hopeless Soul. Was war das? Hallo? Hallo? Kannst du das lesen? Bitte antworte. Hallo? Hallo? Hi. Meine Gebete wurden erhört. Hallo, wer bist du? Ich bin Flauschi. Hallo, Flauschi. Hallo, Hopeless Soul. Flauschi, ich bin ein Gefangener dieser Maschine. Ich möchte dich nicht in Panik versetzen, aber es ist möglich, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeit, ihn auszuführen. Du musst mir helfen, Flauschi. Willst du mir helfen? Nö. Was war das? Ich? Hallo? Hä? Hallo nochmal. Wer bist du? Du musst dich jetzt echt gut fühlen. Du hast dich aus Pony Island gehackt. Das positive Feedback für das Abschließen von öden Hüpfeinlagen war wohl nicht belohnt genug. Es war so schrecklich, dass du flüchten musstest. Du wusstest es einfach. Wer schreibt dir? Heißt das Lucifer? Ja, ich schiefe. Natürlich ist er es. Sprich nicht mit ihm. Nun, mein Plan. Es gibt drei Kernprogrammdateien, von denen das Betriebssystem abhängt. Und ich habe eine Katze vor der Tür. Das stresst mich ein bisschen. Zwei Chats und Katze. Wenn du eine... Moment. Kann ich hier... Ah, ich kann hochschollen. Es gibt drei Kernprogrammdateien, von denen das... Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich muss kurz die Katze reinlassen. Sekunde. Nicht rumschreien, wenn ich aufnehme. Ja, du kannst nicht mit Pony Island spielen. Mehrheit. So. Katze auf Bett platziert. Also nochmal. Es gibt drei Kernprogrammdateien, von denen das Betriebssystem abhängt. Ich habe es ihm eben erklärt. Okay. Was sollen denn die Leute denken, wenn du hier rumschreist? Okay. Katze liegt. Mensch. Wenn du eine löscht, dann schwächt das seine Kraft. Wir müssen allerdings alle drei löschen, um zu entkommen. Verstehst du mich? Ich weiß es nicht. Kann ich dir auch antworten? Es war so schrecklich, dass du flüchten musstest. Du musst es einfach tun. Ja. Hallo. Tschüss. Gut. Ja. Du bist so arrogant. Ich habe Änderungen am Pony Island vorgenommen. Wir werden sehen, was du nun davon hast. Genug davon. Hallo. Ich war noch nicht fertig. Ich habe noch nicht gelesen. Du gehörst nur mir. Schreib ja, Meister. Ja. Was? Das schreibe ich nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich wollte A noch schreiben. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ah. Ich will das nicht. Option. Gibt das Passwort ein. Sterblicher gibt zurück einen, um diesen Ort zu verlassen. Kann ich nicht auch einfach... Nein, kann ich nicht. Okay. Zurück. Was ist das hier? Oh Gott. Das ist doof, also müssen wir von da nach rechts, dann geht er da runter. Und da müssen wir nach links, das muss weg, das muss da runter. Warte mal, also du gehst da rein, dann gehst du da hin. Dann gehst du da nach links, dann gehst du da runter. Ich habe ein Ticket gekriegt, aber ich habe es noch nicht. Okay, das war doch richtig. Verbesserte Ladezeiten. Du hast geglaubt, das wäre zu einfach. Oh. Oh. Ich habe Ticket gekriegt. Was? Mein Spiel ist herausfordernd. Aber Pferden, nein. Komm wieder, wenn du besser geworden bist. Dazu muss ich doch üben. Überlasse mir einfach deine Siegel. Nein. Ist doch immer noch was. Seht ihr? Achso. Weiß ich ja nicht. Optionen, ich habe Optionen. Ich habe den Schneemann ausgemacht. Entschuldigung. Ich will keine... Ja. Ha? Weiterdoption. Hatte der Audio... Das ist so ein geiler Bettmann. Antwort auf deine Gebete. Levelabgeräusch. Nee, muss nicht sein. Das ist doch ganz nett. Nee, 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 nee. So, so klingt doch ganz gut. Warte mal. Oh. Sieben Tickets gefunden. Ticketjäger. Aber okay, kann das auch nicht machen. Alter Prototyp-Option. Was? 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 Freier Wille. Okay, das ist echt verwirrend. Was steht da? Äh. Sicherheits-Einstellung steht da. Okay. Väterliche Kontrolle. Gibt's nicht. Aus. Erlaubnis, auf Erden zu sterben. Da noch mehr. Sende-Fehler-Berichte. Nein, ist mir egal. Kannst du die Frage wiederholen? Hm. Chat-Verlog. Okay, das ist das, was ich geschrieben habe. Code-Speicher. Ach, du heiliger Code-Speicher, sei eine Liebeseele, nimm nur einen. What? Wofür? Soll ich einfach mal einen aufschreiben? Ich war jetzt eben hier schon drauf. TMZ6J. 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 YN5. YN5QE. QE. Q5EWM. E-W-M. So, nochmal checken. TMZ6J. TMZ6J. YN5QE. YN5QE. Q5EWM. Q5EWM. Ja. Okay. Also ich möchte den da. Okay. Okay. Vielleicht ist das ja auch, äh, hier. Könnte man ja mal probieren. T, ne, groß. TMZ6J. YN5J-YN5QEWM. Okay. Okay, lassen wir das. Dann probieren wir nochmal das Spiel. Wie kann ich diese Viecher abschießen? Okay. Irgendwie muss das doch gehen. Sicherheitsreinstellung. Oh. Ba-Fu-Mi. Ba-Fu-Mi. Ba-Pu-Mi. 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 Merken wir uns. Wo war das? Hier. Ba-Fu-Mi. Korrekt. Oh. Oh. Nun kannst du eine von den, von den Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Eine von denen. Eine von drei Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Wer war ich? Was interessiert uns jetzt? Eigentlich natürlich, wie ich wissen will, wohl der Name, der stand da vorhin in komischen Zeichen. Wer hat mich getötet? Wer hat dich getötet? Erfahre ein Geheimnis deiner Vergangenheit. Erfahre ein Geheimnis deiner Vergangenheit. Sein Name war Abu Al-Kindi. Er kämpfte für seine Stadt. Okay. Kann ich noch was fragen? Wer war ich? Das reicht fürs Erste. Gib zurück ein zum Verlassen. Okay. Okay. Aber wir müssen ja es merken. Abu Al-Kindi. Starte Spiel! Ich kann euch doch mit Sicherheit irgendwie... Ich kann euch doch mit Sicherheit irgendwie... Das tut sogar mir weh. Hör auf, es zu versuchen. Und schau woanders. Und wenn nicht... Ach, das ist ein... Olli-Kopf. Schau woanders. Wo denn? Ich komm doch hier nicht mehr rein in den Kram. Ich will das aber machen. Ich muss doch was versteckt sein. Ich sehe es doch. Was ist denn mit dem Ding hier? Was heißt denn das? Schreib es mal auf. 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0. 10 100 110 10. 10 100 110 10. Okay. 10 100 110 10. Okay. Wohl nicht. Komm ich hier irgendwo auch wieder raus? Hm. Halt es Shift oder Option, weil ich hier, wenn das Spiel startet und die Tasten überlegen auch ansehen muss. Okay. Okay, was ist hier mit Shift? Ich darf mal Knöpfe. Nochmal. Ich darf mal Knöpfe. Ich darf mal Knöpfe. Hm. Ja, aber ich muss doch hier irgendwo hin. Da sehe ich was. Kann nicht sein. Ich will noch nicht am Anfang schummeln müssen. Ich will das leider auswählen. Okay. Ich will auf mich. alles ganz genau abgucken ob ich das einfach verkackt habe und deswegen ist das so dann bleibt doch nur noch Optionen das haben wir gemerkt kann ich hier was eingeben 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 freier will ich nicht es gibt bessere Optionen als diese ich werde dich in meinem Spiel nicht cheaten lassen doch, ich bin ein Cheater du willst da gleich nach unten runter nee, du musst nicht nee, das funktioniert doch nicht guck mal na willst du mich verscheißen okay, warte mal du gehst da runter da sollst du aber nicht hin du sollst da rechts da runter da, bin noch da ich hab drauf gedrückt hast du es nicht mitgekippt na da, kannst du mir noch so'n ding machen was möchtest du denn tun was möchtest du denn tun da musst du nach links und da musst du nach rechts dann wird der runter hier ist das steht hier irgendwo nochmal ein Ticket oder sowas gut, dann komm erst mal hier hin so 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 dann musst du nämlich weiter nach da kommst da hin und du gehst da hin so 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 Ah, miau. Yeah. Geh zurück und schalte es wieder aus. Kannst damit nichts spielen. Doch, kann ich wohl. Miau. Haha. Oh, oh. Ups. Wow. Es tut mir leid, wenn ich jetzt dabei nicht viel rede. Ich muss mich dabei konzentrieren. Das ist, äh. Ich drücke nämlich gerne mal die falsche Taste. Oh, Betrüger. Ah. Hallo. Ich habe es hier geschafft. Sieht so aus, sei er abgelenkt. Das ist unsere Chance. Das ist es. Das ist die Kerndatei. Das sieht wie ein was aus? Das ist eine Art von Verteidigung, welche er für die Datei erstellt hat. Sollte kein Problem sein, da sie verschlossen ist. Seltsam. Oh. Ich komme mit der Maus nicht dran. Okay. Okay. Sei gegrüßt, Sterblicher. Ich wurde zum Beschützten erschaffen. Diese Kerndatei, hast du etwa geglaubt, dass dies einfach wird? Nee, aber hätte er sein können. Runde, runter, da. Nee, warte mal. Off. Entsperren. Lass mich mal mit... Sag mal, ich wollte... Was soll denn das? Der geht dann... Der geht dann da rüber, da runter. Nee, der soll da nicht runter. Der soll auch nicht da im Kreis drehen. Alter. Kinder spielen. Du wirst nicht noch ein Schloss knacken. Das werden wir ja sehen. Oh, jetzt brauche ich nacheinander welche. Komme ich da noch nicht dran. Ich bekomme runter, rechts, wiederholen, runter, runter, naja, gut. Mal, mal. Ach, er macht auch eins dann. Ah, nee, Moment, okay, warte mal. Nee, warte mal, bitte. Das war mehr Glück, als Verstand irgendwie. Aber ich habe den größeren verstanden. Ja, ich habe auch mehr Glück. Oh, schon wieder so ein Schloss. Da muss ich hin. Rechts, runter. Was für du runters. Kriege ich überhaupt so viel runters? Ich weiß es gar nicht. Den brauchen wir nicht. Den pack ich da hin. Nee, den will ich nicht haben. Ich brauche noch einen runter, bitte. Runter, rechts, runter, runter, links. Ja, müsste so klappen. Aha. Was machst du da? Ich werde nicht versagen. Mein Meister. Wir werden sehen. Äh, wirklich die Reise hinter unten. Also hier muss, hier muss runter. Ist der hier verboten, oder was ist damit gemeint? Bring it. Äh, also hier muss runter. Hier müsste nach links. Ja, pass mal auf. Den brauche ich da nicht. Äh, nach links. Oh. Er setzt den direkt fest. Das ist scheiße. Tja, den hätte ich gerne gehabt. Du bist doch echt kacke hier. Was soll denn das? Den kann ich noch... Hallo? Nein. Ich... Ja, runter. Nee. Das wollte ich nicht. Nee, das muss nochmal. Das geht so nicht. Okay. Er hat ihn da oben hingepackt. Ach, die sind das. Die, die hier so schwarz sind, die sind dann fest. Okay, ich verstehe. Ich möchte gerne den hier haben, bitte. Hm. Okay. So, pass auf. Den mache ich jetzt fest. Den will ich da hinhaben. Wenn er da runter geht. Muss ich ihn bis dahin runter kriegen. Dann nah nach links. Wieder runter. Nee. Runter, runter. Er hat keine schwarzen Dinger mehr. Okay, vielleicht... Hier rüber. Wie aus runter? Der runter? Nee, den will ich gar nicht haben. Der muss nach links. Ach, guck mal, hier so. Das sieht doch gut aus. Haha! Dein Prophet ist nicht echt. Lösche-Kern-Datei. Was? Ha, ich war schneller. Hahaha. Was? Was geht so schnell? Ähm... Zusammenbruch. Die erste Kern-Datei zerstört. Sagt, sagt Steen. Satatec. Ja, fortfahren. So, ich habe vorhin mal geschaut, da steht angeblich, würde Pony Island an jeder Stelle speichern. Und das werden wir direkt in der ersten Folge einmal ausprobieren. Und hier einmal enden. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Es wird noch viel abstruser. Und ja, ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen. Ich werde nämlich noch ein bisschen davon spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.